Jetzt aber nicht, zieh rein. Oh, was für ein hübsches Blauch. Hör auf zu klappern. Ella! Fast hätte ich's vergessen. Bitte bedenke, dass mein Zauber nicht ewig anhält. Wenn das letzte Echo der letzten Glocke verklingt, ganz genau um Mitternacht, wird mein Zauber vergehen und alles verwandelt sich zu dem, was es war. Mitternacht. Mitternacht. Das ist mehr als genug Zeit. Jetzt fahr schon los. Danke, Frau, ich danke Ihnen. Gänsemann, los! Auf Wiedersehen! Flieh! Schnell, oder sie erwischen dich! Los! Flieh! Schnell, oder sie erwischen dich! Los! Wurde erschreckt! Wen? Den Hirsch! Aber wir sind auf der Jagd, da ist das so. Nur weil etwas so ist, heißt es nicht, dass es so sein sollte. Da haben Sie recht. Ich hoffe sehr, dass wir uns wiedersehen. Eine zerlumpte Dienstmagd, das bist du. Und das wirst du auch immer bleiben. Wacht auf, eure Hoheit. Ihr seid sehr unkonzentriert. Es ist dieses Mädchen. Ich muss ständig an sie denken. Du wirst bald König sein. Ein Prinz darf nicht seinem Herzen folgen. Er heiratet zum Wohle des Königreichs. Was in aller Welt hast du gemacht? Geträumt. Sonst nichts. Nun dann, wach auf! Niemand im Königreich wird meine Töchter überstrahlen. Du bist es wirklich? Ja. Bedenke, mit dem letzten Glockenschlag um Mitternacht wird mein Zauber vergehen. Und alles ist wie vorher. Suchst du nach dem hier? Da gibt es doch sicher eine sagenhafte Geschichte dazu. Verstecken Sie das Mädchen und Sie und Ihre Töchter bekommen alles, was Sie wünschen. Jemand wie Sie verschwindet nicht einfach. Ich muss Sie wiedersehen. Ich werde den Prinzen beschützen. Egal was aus mir wird. Und ich werde den Prinzen übertablen. Vielen Dank.